Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Ja, willkommen hier im Garten. Es ist schon richtig kalt, der erste Frost ist schon rübergezogen. Und das sieht man auch deutlich an den Pflanzen, die dann diese Erfrierungserscheinungen haben. Hier an dieser Paprika, die ist glasig geworden. Glücklicherweise habe ich eine Paprika schon rechtzeitig im Oktober mit reingenommen. Die hatte ich vorher in einen Topf gepflanzt und die kann im Zimmer optimal nachreifen. Natürlich reicht es, wenn man noch rechtzeitig die unreifen Früchte erntet. Aber so sieht doch das viel dekorativer aus, wenn man die Paprika heranreifen sieht und dann seine eigenen leckeren Früchte auf der Fensterbank ernten und verkosten kann. Süß und saftig und aromatisch. Und wenn du denkst, jetzt kann die Pflanze auf den Kompost, die hat ihre Dienste getan. Nein, die Paprikat kommen in die Küche und die Pflanze, die bleibt hier stehen. Und mitgebracht habe ich diese Pflanzenleuchte, denn die Paprika ist eine mehrjährige Pflanze. Die kann man frostfrei überwintern. Die behält sogar noch hier ihre kleinen Fruchtansätze. Wenn es zu dunkel ist, dann schmeißt sie die Blüten oder auch gleich die Knospen ab beziehungsweise bekommt einen kümmerigen Wuchs und wird den Winter nicht so gut überstehen. Deswegen soll meine Paprika eine Pflanzenleuchte bekommen, Zeitschaltuhr dran und soll dann zusätzlich zum Tageslicht auch ein künstliches Licht bekommen, weil die Tage sind ja doch recht dunkel und viel kürzer. Die Zeitschaltuhr, die stelle ich so ein, dass ich 12 bis 14 Stunden belichte, also zusätzlich zum Tageslicht noch das LED-Licht mit dazugebe. Es gibt nur wenige Pflanzen, die auch 24 Stunden Zusatzbeleuchtung vertragen würden. Die meisten möchten einfach auch diesen Tag- und Nachtrhythmus haben, damit sie eben vernünftig wachsen können. Es wäre schon optimal, wenn das jetzt so in dieser Höhe direkt über der Pflanze befestigt wäre. Einfach vier Ecken, vier Stäbe rein und das Ding draufgesetzt. Und dann, wenn ich das so in dieser Höhe direkt, Das sieht doch schon mal gut aus. Aber tagsüber dieses grelle Licht, wenn ich hier am PC arbeiten möchte, doch nicht so optimal. Da wird mir die Alufolie als Refrektion helfen. Mich stört jetzt das grelle farbige Licht nicht mehr so sehr und die Pflanze freut sich, dass das einfallende Licht und das Licht von der Lampe reflektiert wird und der Pflanze optimal zur Verfügung steht. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, was diese Lampen anbetrifft, weil online bestellt und ganz schön billig. Aber ich nutze die jetzt schon ein paar Jahre. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht, wo ich meine Kübelpflanzen überwintert habe und das als Zusatzbeleuchtung genommen habe. Als alleinige Beleuchtung, also so wie in der Growerszene, um Cannabis zu ziehen, da wirst du natürlich damit nicht viel Erfolg haben und da reicht die Lichtintensität nicht aus. Aber hier nutzen wir das Tageslicht und unterstützen zusätzlich mit der Lampe. Das Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Und so kann ich mir vorstellen, dass du dir für deine Jungpflanzen auch sowas in der Art bastelst. ganz einfach erstellt. Auch hier einfach vier kleine Stäbchen in etwa der gleichen Länge, in dem Fall direkt in der Erde platziert, die Lampe oben drauf gesetzt und dann je nach Belieben mit Reflexion oder ohne. In meinem Fall genügt aber der eine Lampenkasten und ich platziere die Jungpflanzen einfach hier direkt drunter. und habe so mit wenig Aufwand den optimalen Nutzen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Anregungen geben, damit du auch Erfolg hast mit deiner Überwinterung und mit der Jungpflanzenanzucht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!